Also am Anfang, ich habe ja nicht, ich habe schon eine Vorstellung gehabt, aber das war doch doch wesentlich besser. Es sind so viele Leute hier, sie gehen super mit den Patienten um, es scheint mir sehr organisiert zu sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so gut habe ich das weder in Österreich noch in Ungarn gehabt, muss ich sagen, war super. Vielen Dank.